Hallo und willkommen zu Elden Ring. Wir sind immer noch im Schneefeld und wir schauen heute hier und hier, ob es hier vielleicht etwas interessantes zu entdecken gibt. Irgendwie kommt mit dem Schneefeld nicht so schnell vorwärts zu, wie sich das erhofft. Bin ich richtig? Nein. Ah, wassup. Es ist der Oben, wassup? Ja, ich weiss was der macht. Der beschwört so einen fetten Runenbär, der nicht einmal etwas bringt. Komm, sterb, sterb, sterb. Ah, da haben wir den Amok, jetzt sind wir in einer Larve drinnen. Da haben wir den Encounter auch mal gesehen. Ja, jetzt gehen wir hier noch etwas zurück hinauf und gehen dann noch so schauen. Wahrscheinlich hat sie nicht dazu schlafen. So. Ja, die habe ich jetzt hier nicht erwartet. Sie bewachen da offenbar etwas. Aber ich glaube, gegen die kämpfe ich fast lieber zu Fuss. So. Nota. So. 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 Ich weiß nicht, dass ich... Wie soll ich mich wiederholen? Ja, sieht so aus. Es gibt auch gar keine Seele, wie sonst sieht es. Hm. Ist der gleich mit denen etwas? Ich weiß nicht, wie sonst sieht es. Es gibt keine Ahnung. Ich halte die, weil ich nicht. Sollen wir uns auf die Atmosphäre. Sollen wir in den Augen? Das ist die Locke. Sollen wir in den Augen? Ja, ist das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Enttarnen? Gibt es hier irgendwo einen Stein, der anders aussieht? Oder müssen wir auch die Dinger hier runter locken? Zu diesen beiden irgendwie? Das erste zerstören? Ah, wo nicht? Oh. 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 Hast du noch mal das Viech gesehen? Oder muss ich... Kann man die beschwören? Es hat ja hier die ganze Zeit so ein Beschwörungszeichen. Ich kann meine Reinigeren nicht Conanoassen aber ich weiß, dass ich wieder abhöre. Ich schlaue mich noch mal, was ich dann noch nicht. Der Wagen ist Nachfrau, und er hat mich mehr. Alles Gute ist, dass ich mich nicht so gerne habe. Ja, offenbar ist das die Lösung gewesen, weiss nicht, ist schon mal aufgegangen, ups. Ja, offenbar. Talisman 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 Was macht der? Da Ja ist ok Dann können wir wieder hierher Jetzt möchte ich hier noch etwas Schauen ob es hier Vielleicht noch etwas Schlaues hat So Ja Ja Was Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So ein, ja. Ui! ich bin immer ein bisschen zu nennen ja aber nennen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Bum Ja, weisst ihr was, das Ding tut sich ja eh wieder verdoppeln. Da kann ich mich doch das machen. Komm. Da steht es. Ah, das ist kräft. Es ist äh. Giftiger. Ah, nein. Falschdrank ausgewählt hat. Ja, die Giftiger sind sie noch. Und jetzt bin ich da unten angekriegt. Da ist die Bombe. Ach... Ach... And beyond... The Hồ Ch tempo掉 what they did under the game he created. Then it's called Dark Ghost, it is that super scared! That was scary! Agres! That was doing pretty well, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Yes! Ja, neue Tränen. Dann haben wir den Baum ja auch abgeschlossen. Das war's für heute. Sehr gut. Ähm... Das war's für heute. Ich will die Baumwächtertypen noch mal besiegen. Ja... Ja... Das war's für heute. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.